Ich mag französischen persönlich, also ich habe auch französische Kollegen, aber... Wie kommst du denn jetzt wieder auf das Thema? Weil einer hat was geschrieben hat. Aber ich meine jetzt in Videogames, Chat. Oh, ich kann wieder eine Sache entscheiden. Lohnt sich die ja Rüstung, Chat? Chat, wenn du... Äh, Chat, sag ich. Äh, Fibus. Hm? Wenn du heiraten würdest, ne? Ja. Würdest du mit Ehevertrag heiraten? Äh... Ich kann... Boah, was ist denn da der Vorteil? Gibt's da Vorteile? Ja. Dann spart man Steuern. Ne, würd ich nicht machen. Ich kenn das von meinen Eltern, dass die voll in der Krise waren. Das ist so anstrengend, wenn die sich... Weil die sich nicht so schnell scheiden lassen können und so. Da ist noch voll Kacke. Vieles. Glaub ich nicht. Würdest du machen? Das ist sogar entspannter dann. Denkste? Doch, klar. Warum fragst du mich sowas? Ich will nur dein Allgemeinwissen testen. Ich weiß nicht mehr, wo die Freiheitsstatue steht. Also bitte. Das ist echt extrem dumm, ist mir mal aufgefallen. Nein, ich war nur unter Druck, Mann. Lohnt sich jetzt Endersachen, Chat? Äh, Endersachen sag ich. Äh. Lohnt sich jetzt Rüstung? Oh. Geh in Netherworlds Farm. Wie du es mal ausbrüchst. Ich will mit Leitern platzieren, einfach für die Deko. Aber ich glaube, es macht man nicht als Deko, oder? Ein Bogen lohnt sich, das lohnt sich. Gerade. Ich bin wieder nicht die passende Wolle. Mein Gott. Steck 4, steck 4. Würdest du bei einer Hochzeit? Stamm, wie heißt das? Also, Stamm, wie heißt das? Stamm ist amtlich? Stamm, ne? Stamm, ne, Stamm, ich kann dann, wie das heißt, Junge. Stamm, 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 Fußstamm. Bei der Hochzeit. Hast du mal deine Britte halten? Wirklich, ich fragte es einfach gar nicht sein. Wie viel Damage macht das? Genug. Achso, du meinst an der Stange ist, ist strippen. Fisch dich, Luca. Du gehst hier wieder rein. Hier rein. Oh mein Gott. Nein. Nein, die dumme hüner. Nein. Sechs, vier. Nein. Idiot. Nee, muss ich noch machen, Pesobus. Die Busse ist an der Zeit. Schlafen? Mhm. Wenn du so müde bist. Ja. Du hast immer noch nicht mehr nach Hause geschaut. Scheiß mal mein Haus an. Dann gehen wir auch. Warte, dann. Warte, du bist du. Was? Bist du auch auf? Ja. Das ist einfach hier vorne, da bin ich ganz fertig. So, Chad, ich muss jetzt so richtig tun, als wenn ich im Press bin und das geisteskrankes Haus ist. Boah, sieht echt krass aus. Boah, sieht echt krass aus. Ich weiß, wie ich im Profi bin. Kein Gumm. Warum ist hier nur ein Bett? Ja, weil ich warte noch auf das Graue, das ist zweimal graus. Wie cool aus. Ja. Boah, diese Lianien, die da außen sind krass. So richtig verteilt, schön. Ich bin tot, ehrlich. Jetzt. Hey, doch, bevor ich dich schicken muss. Okay, stopp. Hey, warum ist vorhin nicht wieder hier? Wenn du da schlafen musst. Ah. Bitte nicht anzünden, Norat. Hättest du mich jetzt gefickt und die Level wären weg gewesen, ne? Hättest du ein Problem gehabt. Guck mal, unten ist auch noch was. Was? Hier unten ist auch noch was. Wo unten? Wo unten? Hier. Achso. Hey, das ist gar nicht so ältlich. Du musst doch gar nicht so tun, als ob dir das nicht gefällt. Bisschen hübsch ist das schon. Wie sie sich die Hose anzieht. Ja, sieht schon schön aus. Ja. Ja, gut. Nein. Nein. Oh Mann, Rohat. Junge. Sorry, das war Fettfinger. Fettfinger. Digga, hör auf. Du Mann, das sieht jetzt wieder voll kack aus von außen. Lass das ehrlich mal. Nicht machen. Geh schlafen. Verpiss dich. Komm, wir gehen auf jetzt los. Heide. Oh, wie egoistisch. Sie hat nur ein Bett. Ja, ich. Ich war auch noch eins, Warte. Ich habe zu wenig Wolle. Ich habe keine weiße Wolle. Geht nicht. Bist du getötet? Ja, hier. Wann, ich höre das Bett. Obwohl, dann kann ich direkt da drüben pennen. Was sollte eigentlich bei den Händen und bei den QR-Code kommen? Was sollte eigentlich normalerweise bei den QR-Code kommen? Ach so, das ist so ein Game of only-Aktion. Keine Ahnung. Echt? Ja. Okay. Wann schlafen wir jetzt? Warum? Komm mal, jetzt rein. Wo wir jetzt schlafen gehen. Doppel schlafen. Alter. Ja, pfistisch. So. Ja. Wen rateest du jetzt? Ich mache mit. Äh, lass. Wollen wir beide Eldos-Eld-Eldingsen? Nee. Okay, dann. Ja, ich meine, ja. Können wir. Lass. Dann lass. Äh. Danny. Danny? Evolution. Okay. Okay, ihr müsst alle auf den Ratings gehen. Flash. Raid. Danny. Nächste. Das geht einfach immer, ich hasse Raids, ne? Und wie geht das? Flash. Raid. So? Raid. Und jetzt müsst ihr auf dieses Plus gehen und dann so da... Ja. Dingsen. Okay, in zehn Sekunden sind wir weg. Danke euch für den Stream-Chat. Danke euch für die ganze Zeit. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein. Danke, danke, danke. Du kannst doch selber abdrücken. Das dauert mehr zehn Sekunden. Achso. Ja, nee. War ein guter Stream. Achso. Hat voll Spaß macht bei einer P. War richtig cool, wirklich. Hat mir immer wieder einen Riesenspaß gemacht. Aber am Ende ging's, oder? Ja, ich glaub schon, aber das war auch, weil ich's dann zweimal schon diskoniert, also komplett abgebrochen ist, deswegen. Okay. Chat, ich hoffe, hoffentlich träumt ihr von mir. Habt ihr den besten Traum. Ich wünsche euch keinen Albtraum. Okay, Chat. Haut da rein. Viel Spaß bei Danny. Hey, warum ist denn es schon los? Kuss, 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 kuss. Warte mal, meins geht man gar nicht los. Kannst du auf jetzt Raiden schon gehen? Wo denn? Da steht nur verlassen. Ach ja, stimmt. Okay, gut, Chat. Schlaf gut. Wann drückst du? Ich will auch drücken. Okay, Chat. Wir sehen und hören uns. Halte. Bis morgen Mittag. Okay, drei. Drei. Drei.